Du bist eine frech, ja du bist so süß frech. Wenn du lustig mit den Spatzen wärst, dann wäre das ja alles kein Problem. Du bist ja immer ein Stinkerpix und das mögen die so gar nicht. Da schmeißt dich der Tippi mit einer Feder. Noch ein Kussi. Noch ein Bauchkussi. Möchtest du noch ein Bauchkussi? Diese kann sie so lieb sein. So ein Liebpix. Aber du kannst ja dein Pixi nur gucken. So ist es fein. Hol dir noch ein Kussi. Ich auch eins. Du wieder eins. Erst ich. Jetzt du wieder. Du bist ich Vogel. Es gibt ja auch gar keine Orte, wo man sich aufhalten kann. Nur die Spatzeneingangstür. Komm her, du kriegst noch ein Kussi. Der kleine freche Imsel, der tut da um dich rum. Der lacht dich aus von da oben ein bisschen. Na, ömsi pömsi? Kekerst du auf den Pixi? Hier ist mein Mund. Wui. Der Mund fliegt um deinen Kopf. So, viel Kussis heute am frühen Morgen. So. Manchmal kann ich da jetzt mal wieder ein bisschen rauspflücken. Ja. Rauchchen hat noch ein bisschen Sachen zu tun. Ist heute Tag der Vögelküsse? Ja. Echt? Na gut. So, ömsi. Jetzt ist er mal wieder raus. Hier. Hast du ihm schön auf den Schwanz gekäckelt. Hier. Also gut gemacht. Gut getroffen. So, ich habe jetzt mal wieder raus. Ich habe hier. So, ich habe hier.